Hallo liebe Stiere, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und das ist für Oktober eure Mona Zorake. Zuerst Energie, Rat, Achtung auf was musst du aufmerksam sein oder deine Aufmerksam schenken oder nicht verpassen. Zuerst Liebesbeziehung, Familie und Liebe und Finanzen und Beruf. Meine Lieben, die Energie dieses Monats, schaut mal, Partnerschaft, Gemeinsam. Ich würde sagen, du ziehst diesen Monat wie Magnet Menschen, die zu dir passen, die auf deiner Ebene sind, die mit deiner Energie in Einklang kommen. Werden hier zusammengeführt Menschen, die wirklich zueinander sehr gut passen. Bitte schaut richtig gut. So, die Beruf und Finanzen, meine Lieben. Der Pasch der Kälte sagt, dass bei der Arbeit Atmosphäre ist wirklich sehr gut. Alles ist idyllisch, alles ist gefühlmäßig, alle miteinander freundlich umgehen, alles liebevoll, alle sind nett, du bist auch eigentlich kein Stress. Aber, Pasch der Kälte zeigt uns, dass die finanzielle Lage bei dir ist nicht so gut. Im besten Fall, die bleibt so wie ist, zwischen Null und Minus. Das ist die Lage beim Finanzen. Leider ist so, darum ist die Karte, aufmerksam werden, sparsam sein, deine Finanzen bei dir halten und bei sich bleiben. Vielleicht auf die Seite schieben. Diese Karte zeigt, nicht zu viel Geld ausgeben. Nur das, was du wirklich brauchst. In Familien leben oder im Liebesbereich zuerst Familien leben. In Familien leben ist alles idyllisch, ist alles wunderschön, alle sind gemeinsam und plus diese Karte zusätzliche. Du bekommst Hilfe, gegenseitige. Du leistest auch Hilfe. Hier sind alle miteinander. Vielleicht sogar Vergrößerung von Familien kann auch sein. Familien, Familienfeiertage, irgendwie zusammen könnte man auch feiern. Aber hier wirst du spüren, dass du gehörst zu einer Familie, die hat einen dicken Stammbaum und Wurzeln. Du wirst das spüren. Du wirst diese Energie spüren, dass du bist nicht allein auf dieser Erde. Du wirst spüren, dass du deine Ahnenkraft von deinen Ahnen und dass du bist nicht allein auf dieser Erde. Die Hilfe, die du brauchst, wirst du auf jeden Fall bekommen. Jetzt, meine Lieben, für diejenigen, die Single sind, wenn du ein Mann bist, gibst du Chance, dass du so eine wunderschöne Frau, naturverbundene, natürliche, wunderschöne und, ich sag mal so, gute, ich weiß nicht, wie das richtig auszudrücken, wie Haushälterin. Die hält zu Hause alles, sie schafft alles. Zu Hause, Kinder, alles unter einen Hut bringt. Sie hat sehr, sehr gute, als Mutter, die Fähigkeiten, alles unter einen Hut zu bringen. Das habe ich schon gesagt, auf was musst du aufmerksam werden, weil, wenn du Hilfe bekommst von Familie und so weiter, bitte auch auf sich Acht geben. Dein Körper, auf jeden Fall dein Körper und deine Finanzen wegen das, aber auch dein Körper, weil, wenn du für alle da bist, hilfsbereit bist, du musst auch dich nicht vergessen. Gönne dir Minütchen, Stündchen, einen Tag unter der Woche, am Wochenende für dich persönlich. Das würde ich sagen, auch Massagen und solche Sachen, die dir gut, dir, deine Körper und Seele gut tun. Rat von Tarot. Meine Lieben, fünf Stäbe, das ist die Karte Konkurrenz. Das ist die Karte gegenseitiger Kampf. Da musst du dir Fragen stellen. Wofür kämpfst du? Welche Ideale hast du? Was wirst du davon haben? Ist das spielerisch oder geht es um Leben und ums Tod? Da musst du wirklich, wenn das um Finanzen geht, dann musst du angreifen, sonst können deine Freundlichkeit von deinem Gegenüber, kann sein, das lässt deine Waffen fallen. Da musst du, wie sagt man, auf dem Hut sein, dass niemand dir nimmt, das, was dir gehört. Da musst du hier aufpassen. Ansonsten in Familie ist alles gut und schön. Alles ist idyllisch. Meine Lieben, ich wünsche euch, liebe Stiere, einen wunderschönen Monat Oktober. Bleibt bei sich und ruht euch aus. Ich finde, Achtung, ruht dich aus. Und genieße den Moment, wenn du jemanden kennenlernst. Weil ich sehe hier, wenn du eine Frau oder ein Mann bist, vor allem wenn du eine Frau bist, du hast sehr viel Verehrer. Schau mal, schau mal, wie viel Verehrer hast du. Du musst nur Augen aufmachen. Und die richtige Energie strahlen, dass die um dich kämpfen und nicht umgekehrt, dass du hinter einem Mann rennst. So, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa.